ja herzlich willkommen beim via webinar heute zur nachhaltigen geldanlage teil 3 unserer serie diesmal geht es um vorsicht greenwashing mythos oder mogelpackung bei der grünen und nachhaltigen geldanlage und natürlich auch nicht zu vergessen wir reden auch über ethisch korrekte geldanlagen was das genau ist wie das funktioniert erzählen uns heute unsere beiden experten zum einen martin niesmann geschäftsführer von venga dem verein der sich um ethische und nachhaltige geldanlage und deren förderung bemüht und andreas enke unser referent der uns ja beibringt wie man greenwashing dann bei der anlagestrategie erkennt mein name ist fabian dietrich ich bin einer der beiden sprecher des deutschen instituts vor altersvorsorge und darf sie heute begrüßen wir freuen uns auf ihre fragen im verlauf der diskussion nutzen sie da bitte für das f&a tool von zoom das finden sie in ihrer browserleiste in ihrer steuerleiste von zoom die kann oben oder unten zu finden sein dort auf f&a klicken frage reinschreiben wir binden sie dann in die diskussion ein wenn sie technische probleme haben können sie uns auch gerne in den chat von zoom schreiben dort finden sie übrigens den hinweis auf einen besonderen service zu unserer seminar reihe unserer webinar reihe nämlich eine anlegersprechstunde die eignet sich für sehr individuelle fragen zur anlagestrategie ihre persönlichen ja vielleicht auch probleme die sie erfahren haben und ja da finden sie eine e mail adresse von dirk wittig von geneon vermögen wo wir eben andreas enke begrüßen können der dort vorstand ist und wirk wittig steht ihnen zur verfügung für ein individuelles gespräch aber jetzt möchte ich erst mal martin diesmann bitten uns eine kleine einführung zur arbeit von wenger zu geben vielen dank wittig und auch von meiner seite schöne grüße an die endgeräte da draußen ja kurz ein entree zu unserem verein wenger e.v wenger steht als langversion für verein zur förderung ethisch nachhaltiger geld anlagen ethisch nachhaltig weil das aus unserer sichtweise der begriff nachhaltig inflationär oft verwandt wird deshalb haben wir ihn um das adjektiv ethisch ergänzt weil wir finden ethik ist etwas individuelles und das ist sozusagen auch unsere mission die wir als gemeinnütziger verein uns auf die fahne geschrieben haben verbraucherinnen und verbraucher anlegerinnen und anleger zu informieren wie kriege ich sie hin dass meine individuellen werte meine ganz persönlichen vorstellungen von ethik von nachhaltigkeit von persönlichen werten sich auch in der geld anlage dann bitte schön abbildet weil das ist unsere feste vorstellung geld hat immer eine wirkung und die frage ist in welche richtung möchten sie dass dass ihre gelder wirken sollen wenn sie das erkannt haben dann sorgen sie das ist unsere mission unsere bitte sorgen sie bitte dafür dass die geldströme auch in die richtung gelenkt werden wie sie das für sinnvoll und richtig halten damit sie wenn sie bei ihrem einkauf dinge in die richtige richtung bewegen das ganze mit ihrer geld anlage nicht wieder umstoßen und kaputt machen wir haben als gemeinnütziger verein vor gut fünf jahren begonnen wir haben eine reihe von präsenzveranstaltungen in kooperation mit bildungsträgern mit volksforschulen büchereien kirchengemeinden durchgeführt und haben dann so wie heute in den letzten drei jahren sehr viel auch im netz an information veranstaltungen realisiert beides hat vorteile und wir versuchen das einfach so miteinander sinnvoll zu verbinden informieren sie sich gerne auch über unsere weiteren informations formate es gibt unsere newsletter der erscheint einmal im monat mit einem kleinen inhaltlichen editorial und mit den hinweisen auf die veranstaltung des kommenden monats venga-ev.org heißt unsere seite fragen sich da kostenfrei gerne auch in unseren newsletter ein soweit der vorrede ich darf den ball weiterspielen aus dem schlitzig holsteinischen norden von hamburg nach hamburg zurück an dich andreas ja herzlich willkommen auch von mir schönen guten tag ich stelle mich kurz vor dann wird vielleicht auch klar für diejenigen die die ersten seminare hier noch nicht mitbekommen haben Andreas enke da steht geneon hinter wenn sie das in den bildern sehen ich bin in einer doppelfunktion hier zum einen als vorstand von venga fahre zuständig für den fachlichen teil das mache ich weil ich als vorstand der geneon vermögensmanagement ag spezialist für nachhaltige geld anlagen bin und das seit einigen jahren mache und diese erfahrungen die wir dort bei der einrichtung unter umstellung der vermögensanlage auf ethisch nachhaltige anlagerichtlinien gemacht haben das teilen wir hier gerne mit ihnen damit gewisse lernkurven nicht gemacht werden müssen das mal so zu sagen das ist die seminar reihe die heute ihren abschluss findet aber sicherlich nicht endgültig und für immer sondern vielleicht auch ausgebaut wird kleiner werbeteil anschauen wir haben am anfang darüber gesprochen wie überhaupt nachhaltige geldanlage funktioniert was das ist letzten endes und wie man damit grundsätzlich von der struktur her geld anlegt wer das verpasst hat der kann das auch nachhinein bekommen das ist aufgezeichnet es gibt auch ein youtube kanal dafür dann haben wir über musterportfolien gesprochen das ganze mal konkretisiert das ist auch der grund warum ich so betone dass ich als vorstand von geneon hier auch spreche es ist ja immer ein thema wie nah bin ich an der anlage beratung ich kenne sie nicht sie kennen mich nicht ich kenne ihre ziele und anforderungen nicht deswegen kann ich nur allgemein anreden trotzdem möchte ich vermeiden dass man dem gemeinnützigen verein nachredet er würde anlage beratung machen tut er nicht wenn dann würde ich das als vorstand einer vermögensverwaltung tun aber sie sehen schon und haben es wahrscheinlich auch schon längst mitbekommen wir haben hier kein verkaufsseminar es geht um wissensvermittlung hilfe zur selbsthilfe und das ist schon schwer genug beim thema geld anlage und das ist noch schwerer beim thema nachhaltige geld anlage da gehen wir nämlich heute hin mythos oder mogelpackung so habe ich jetzt mal genannt etf und nachhaltigkeit greenwashing das sind ja themen die zum thema nachhaltigkeit oder nachhaltige geld anlage mittlerweile wirklich weit nach oben gekommen sind vor allen dingen das thema greenwashing oft mit ich finde wenig wissen oder halbwissen gewürzt aber oft auch berechtigt und bei der erstellung des seminars habe ich auch wieder auch für dieses seminar damit aktuelles viel dazu gelernt es ändert sich nämlich laufen etwas und der markt bewegt sich auch deswegen gehen wir da gemeinsam rein wir sprechen heute hauptsächlich über die indexfonds die etf und weniger über gemanagte fonds das erkläre ich dann am schluss auch a natürlich wenn man das auch noch mal getrennt machen aber b ähnelt sich das ganze da schon ein bisschen zumindest beim thema nachhaltigkeit von der vorgehensweise her viel wissen erzähle ich heute aber trotzdem hören sie entspannt zu wenn fragen kommen das wurde eben gesagt schreiben sie es in den chat wir versuchen es zu beantworten ein teil der zeit ist ja dafür vorgesehen auch direkt in die diskussion vielleicht oder zumindest in die beantwortung der fragen zu kommen und die anlegersprechstunde die schon genannt wurde für die größeren themen die vielleicht hier nicht in die runde passen und ganz links sehen sie unser ebook was sie auch über weniger anfordern können weniger minus ev.org einfach eine mail schicken oder dort über die kontakte gehen es ist kostenlos und hilft ein bisschen bei den komplexen thema komplexes thema und heute damit wir das gleiche wissen haben setze ich nicht alles voraus ein bisschen schon index fonds exchange traded fonds ich erkläre ganz kurz um was es da geht das hat auch den hintergrund dass ich ja nun auch in den musterportfolien damit gearbeitet habe und dann müssen wir zumindest mal schauen einmal wie sind die aufgebaut und daran können wir dann auch messen und ableiten ja wie geht das denn eigentlich ist es greenwashing oder aber steht da eigentlich und worauf muss ich achten wichtig und das wird uns immer wieder begleiten kläre die begriffe bevor wir in die diskussion gehen was ist denn nachhaltige geld anlage wir von venger haben uns da ja an den ich sag mal mittlerweile auch offizielle an die offizielle definition an der offiziellen definition orientiert ja es ist geld anlage deswegen dieses dreieck sicherheit rendite liquidität das ist ganz normal es sind halt kriterien dazugekommen wenn man so will das thema verantwortung nämlich umweltthemen gesellschaftliche themen management führungsverhaltensthemen der unternehmen in die ich gehe es ist halt nicht nur klimawandel oder bekämpfung der ursachen des klimawandels es ist mehr es ist ja wie fördere ich die nachhaltigkeitsziele durch die zielerreichung bei den un sustainable development goals also verantwortung kommt mit dazu aber die geldanlage wird deswegen nicht anders es hat einfach zusätzliche kriterien da schauen wir hin denn ich will mit ihnen auch darüber sprechen wie das dann halt konkret umgesetzt wird und wir können dann messen ist es das was wir aber auch oder ist es das nicht das war eben die übergeordnete definition zielerreichung der also die geldströme so zu lenken dass die zielerreichung der sdgs gefördert wird mindestens nicht behindert wird und wie macht man das das werden sie jetzt auch schon wenn sie hier hören mit sicherheit schon öfter gehört haben es kommen die umweltbezogenen ressourcen fragestellungen dazu die sozialen wie geht man mit arbeitsrecht zu menschenrechtsnormen um und das management verhalten der unternehmen wird ebenfalls auf den prüfstand gestellt und das wird auch dokumentiert das sind die esg kriterien über die ich gar nicht so lange reden will noch mal ganz kurz zu den indexfonds oder ich kürze die jetzt hier auch immer als etf ab ja die heißen natürlich nicht einfach transparent und fungibel aber das ist nun mal deren merkmal das hat sie so weit nach vorne gebracht ich kann ablesen in welchen markt ich investiere alle allein schon indem ich lesen kann da steht nämlich im titel wenn ich ein bisschen google ein bisschen recherche mache dann habe ich auch die transparenz in sachen kosten und ich kann ihn verkaufen und kaufen ohne ausgabeaufläge oder nur mit den börsen gebühren das hängt dann halt von meiner bank ab als ist natürlich nur ein hochteil dessen was ich bei publikum fonds wenn ich pech habe zahle muss ja eigentlich auch nicht sein jederzeit ist handel möglich während der börsen öffnungszeiten ja deswegen börsengehandelte fonds das halte ich für interessant im professionellen risikomanagement wenn ich tatsächlich bei nachrichten spontan handeln will hier steht uninteressant für langfrist anleger ob sie nun um 16 10 oder um 15 30 den form gekauft haben ist vom kurs wahrscheinlich unterschiedlich aber in der altersvorsorge betrachtung vielleicht nicht ganz so spannend und sie sind preiswert das zeige ich gleich noch mal preiswert warum eigentlich was ist der große unterschied die haben zum einen keinen ausgabeausschlag sie haben wenn man es genau will laufende kosten von 0,1 5 prozent so ein normaler aktienfonds hat laufende kosten ungefähr von zwei prozent kann man sagen da sind die management gebühren drin die depotverwaltungsgebühren die gebühren für die kapitalverwaltungsgesellschaft etc das ist hier nur ein bruchteil zwei prozent oder 0,1 5 prozent pro jahr hier als beispiel ist ja schon unterschied wenn ich das aufsummiere macht schon etwas aus wir müssen es auch nicht übertreiben beim aktienfonds sind zwei prozent schwankungen manchmal tagesschwankungen aber trotzdem kosten die sparen kann spare ich gern deswegen ist es auch meiner meinung nach so weit nach vorne bekommen gar keine kosten kann man auch nicht sagen wenn sie die indexfonds oder den etf kaufen an der börse hängt es natürlich auch ein bisschen ab wo sie es machen aber es gibt dann die berühmte geldbriefspanne sie kaufen es etwas teurer als wenn sie es in der gleichen sekunde verkaufen denn da steckt in praktisch der händler hinter denn nun auch ein bisschen geld verdienen will aber das sind auch geringe kosten nicht annähernd das was gemanagte publikumsfonds normalerweise nehmen und es gibt die indexfonds also börsen gehandelt haben wir gerade und es gibt heißen halt indexfonds weil die indizes abbilden das kann man nach regionen sehen von deutschland angefangen bis osteuropa gibt alles es gibt es nach branchen und innerhalb der länder gibt es auch noch ganz viel verschiedene dow jones hier wir haben amerika einfach mal aufgelistet s&p 500 die haste also die vielfalt ist richtig richtig gut das war das thema nachhaltigkeit der geldanlage grundsätzlich und indexfonds weil ich will mit ihnen jetzt erarbeiten ja indexfonds gibt es schon lange und dann kann ich wie wir letztes mal auch gesehen haben zb den deutschen aktienindex sehr einfach bilden oder meinetwegen auch die ganze weltwirtschaft aber wie kommt nachhaltigkeit da hinein und da gibt es auch die grundsätzlichen methoden die alt angewandt werden aber nicht alle grundsätzlich kann man sagen wenn ich nachhaltigkeit sortiere das hatten wir schon besprochen dann gibt es den best in class ansatz also ich nehme mir die automobilbranche sortiere diese unternehmen nach ihren esg kriterien nach den berichten die sie haben und bewerte das oder lass es bewerten von ratingagenturen darüber läuft es ja nun eher und da gibt es eine tabelle dann ist das vielleicht klimafreundlichste unternehmen weit oben oder weniger gute weiter unten und dann kann ich sagen bei best in class na dann nehme ich doch ich will schon die automobilbranche auch haben in meinem fond oder in meiner geld anlage aber ich nehme nur die obere hälfte das wäre best in class kann ich für jede branche machen und wenn ich dann keine ausschlusskriterien hätte das ist nämlich das zweite dann würde ich zum beispiel auch in die besten ich sag mal rüstungsunternehmen investieren weil die ja vielleicht einen guten esg report haben und klimaneutral produzieren deswegen könnte ich für mich persönlich sagen es ist ja immer ihre entscheidung gut gewisse ausschlüsse will ich schon haben ich möchte nichts zu tun haben mit in meinem beispiel eben rüstungsunternehmen oder ich möchte nichts zu tun haben mit gentechnik atomenergie fossilen brennstoffen das aufgesetzt zusammen diese kombination das machen eigentlich immer das sehen wir gleich die indexforms es wird sortiert und es wird ausgeschlossen die machen es umgekehrt ich nehme die welt wenn man so will alle branchen die gesamte industrie und sagen gut gewisse sektoren wie es in amerika heißt oder gewisse branchen mit denen wollen wir nichts zu tun haben und dann sortieren das oft auch noch nach best in class prinzipien nach esg kriterien es gute unternehmen vermeintlich gute weit vorne sind das wollen wir genauer angucken das haben wir schon mal ein bisschen gemacht einfach zur kurzen wiederholung das ist unser deutscher aktienindex und wenn ich jetzt nachhaltigen wenn ich ein etf hätte ganz normalen dann werden genau diese 40 werte in genau der gewichtung wie der deutsche aktienindex zusammengesetzt wird im indexform abgebildet soweit so gut ich möchte das vielleicht auch bewusst haben und ich habe keine ahnung ob henkel jetzt besser läuft als bsf also denke ich mir dann nehme ich doch alle das ist auch ein rat den ich ihnen ja auch zuletzt gegeben habe fonds aufgrund der streuung und der abbildung des marktes sind regel eine gute abbildung eines durchschnitts ob sie nun immer die perfekte aktie bekommen weil sie wissen dass adidas doch besser läuft war ich zu bezweifeln wir als vermögensverwalter zum beispiel machen das auch nicht wir arbeiten wenig mit einzelwerten außer ein spezial themen und das wäre der nachhaltige und zwar auch schon best in class und ausschlusskriterien eingearbeitet da haben wir farblich markiert mit orange hellen braun hell lila braun und braun dass wir sagen rüstung kernenergie und fossile brennstoffe wollen wir mal nicht haben das wären nur die ausschlüsse und wenn man aber best in class sagt in diesem beispiel die roten würden rausfliegen wenn man nur sagt die schlechtesten zehn prozent ist nicht ganz korrekt ausgerückt aber die unternehmen die ganz weit unten in den esg ratings ist sind die nämlich weg also diese esg ratings werden bei uns zumindest von 0 bis 100 bewertet 0 ist einem teufel im bunde und hat ist wirklich da oben auf der anderen seite mit dem himmel dann er in verbindung zu bringen und von 0 bis 10 bewertet wird der essen ziemlich übel hat ziemlich viele kontroversen das heißt mitteilungen über fehlverhalten datenschutzmissbrauch arbeitsrechtsverletzungen etc umweltsünden das sind kontroversen oder aber ich gehe sogar noch etwas höher was heißt sogar bei 0 bis 100 100 sind die guten 0 sind die richtig bösen aber ich nehme nur die letzten die ersten 30 weg von 10 bis 3 von 0 bis 30 da nehme ich schon das was auch noch hell ist mit dazu weg also dann würde gar nicht mehr so viel übrig bleiben im deutschen aktienindex nachhaltig weil wenn ich den wirklich als nachhaltig aufstellen würde ich würde ja nur diese in anführungsstrichen bösen oder nicht passenden unternehmen rausnehmen aber ich würde keine neuen hineinnehmen also wäre der index schon deutlich reduziert was auch der grund ist warum man diesen index so einfach nur reduziert mit gewissen kriterien auch nicht kaufen wäre einfach zu bilden und da gehen wir jetzt rein weil es geht bei den etf immer darum es ist standardisiert es muss auch so sein salott gesagt what do you want for nothing also die indexfonds sind preiswert für 0,15 prozent management gebühr pro jahr bekommen sie kein management sie bekommen eine excel liste die aufgestellt wurde vielleicht ist es nicht excel eine word datei wie auch immer eine liste von wertpapieren die jemand erstellt hat und die diese wertpapiere genau in diese wird investiert entscheidet kein manager ob das gut oder schlecht ist weil ist ja auch okay weil genau das können wir ablesen also einmal gibt es die index anbieter in den letzten seminaren oder sonst habe ich immer blackrock genommen so iShares als produktanbieter ehrlich gesagt weil die auch eine wunderschöne webseite oder webauftritt haben wo man sehr transparent und sehr genau recherchieren kann und dies einfach wirklich leicht machen deswegen möchte ich aber nicht immer blackrock angreifen in anführungsstrichen weil sind ja eigentlich gut weil sie so transparent sind also dachte ich mir nämlich andere große anbieter mit dazu und springe mit ihnen einfach mal in richtig gute nachhaltigkeits indexfonds und sage sie gucke ich denn drauf und wie könnte ich erkennen ob das greenwashing für mich ist muss ja gar nicht für sie so sein da hat auch jeder seine eigene definition nennen wir es so wo gibt es denn vielleicht überraschungen deswegen haben wir uns blackrock mit iShares angeguckt bnp paribas schauen uns einmal an oder mundi als ebenfalls an index anbieter quatsch als anbieter eines indexfonds das wirklich wie schon mit falscher ausdrucksweise denn das zweite wort oder wenn es der gleiche ist immer noch das erste das ist der index bauer der anbieter also als erst oben möchte ein etf haben beispielsweise bleiben wir bei unserem deutschen aktienindex und dann fragen die bei msci nach das ist der führende anbieter schlechthin ich hätte gern ein eine liste der wertpapiere die genauer den deutschen aktienindex abbilden dann würde der halt heißen iShares msci als produktbieter und dann dax dann wahrscheinlich screen weil wir haben was aussortiert haben und usits publikumsform und dann etf das gibt es natürlich auch von bnp paribas oder amundi die arbeiten auch offensichtlich mit msci zusammen und dann können wir im dritten teil sehen in was wir eigentlich investieren in diesem fall ist das ist der index der gewünscht wurde zu bauen ausdrucksweise also der gebaut werden sollte ein amerikanischer index denn investiert der soll nach esg kriterien sortiert worden sein und diese liste sollte erstellt werden und dann natürlich mit den esg kriterien nachhaltig sein bnp hat gesagt ja ich möchte auch einen amerikanischen index in diesem fall haben aber die sollen mit geringen volatilitäten als schwankungsbreiten ausgestattet sein das sind die kunden die kunden möchte ich bedienen und amundi sagt ja super aber ich möchte was gegen den klimawandel tun ich möchte dass meine geldströme die in diesem etf gehen so gelenkt werden dass die dass der klimawandel da aktiv bekämpft wird von den ursachen her okay das gucken wir uns einfach mal an ich habe hier auch immer die quellen benannt das ist einfach nur internetrecherche ich schaue nach wenn ich jetzt investor wäre das bin ich auch manchmal auf da nicht einen anderen hut auf habe möchte ich denn mit diesem von arbeiten erfüllt er meine kriterien dieser msci usa esg screen index der von ishares da kann man dann auch auf der webseite schauen und das ist gar nicht schlecht wenn man das so ist also der index umfasst keine unternehmen also schließt unternehmen aus die mit umstrittenen waffen arbeiten atomwaffen tabak finde ich jetzt nicht so spannend thermische kohle wird ausgeschlossen ölsande also fracking zivile schusswaffen wer damit arbeitet wird er offensichtlich ausgeschlossen und das sind dann die weicheren kriterien prinzipien des UN global compact wird auch ausgeschlossen das sind die salopp gesagt prinzipien und arbeitsrechts und menschenrechts norm ist nicht ganz korrekt aber kann man es ganz gut zusammenfassen also wer jetzt ein normales geschäftsgebaren macht der erfüllt eigentlich schon die prinzipien des global compact also muss auch mal gesagt werden und dann kann man auf der webseite schauen ja super also uns wird eine waffen null prozent gewichtung und da haben sie ja überall null und sogar das ist auch nicht unwichtig 99,87 prozent des fonds werden mit wertpapieren bedeckt oder oder gefüllt die genau danach aussortiert wurden klasse dann gucken wir doch mal rein nee da gibt es noch eine änderung und die ist ja eigentlich sogar gut ich finde aber da zeige ich ihnen jetzt auch mal worauf man alles achten muss dieser index anbieter sagt am ersten dritten wahrscheinlich aufgrund der massiven kritik in den letzten seminaren von unserem verein oder vielleicht auch aus anderen gründen aber wir schließen jetzt noch mehr aus also wir sagen nach prinzipien von global compact verletzt das wollen wir mal länger die besser definieren wir sagen nach dem kontroversie score wir haben doch bei uns zugehört also diese kontroversen um rechts und umweltvergehen etc die werden jetzt auch bewertet und werden unserer skala die note eins bekommt der wird ausgeschlossen also schon wieder ich weiß nicht wie weit sie immer tiefen einsteigen wollen wenn sie nachhaltig geld anlegen wollen also jetzt müssen sich mit dem msci controversy score ja irgendwie auseinandersetzen und lernen was bedeutet das denn bei bestimmten kriterien also biodiversität und super wird berücksichtigt und umwelt auch irgendwie gut palmöl kommt raus mit fünf prozent umsatzgrenze das finde ich persönlich okay denn in sachen bei lieferketten problematiken da alles auszuschließen ist auf null runter könnte vielleicht auch gerade in amerika haftungstechnisch spannend sein arktisches öl und gas wird auch ausgeschlossen warum wird das dazu genannt das war doch schon ja thermische kohle da muss man wieder genau lesen thermische kohle heißt ja nicht fossile brennstoffe aber gut ist also thermische kohle und arktisches öl und gas okay und dann wenn man auch noch die kohlenstoff intensität um 30 prozent gegenüber den standard index reduzieren hört sich doch gut an also wir gucken uns noch mal den kontroversie score an weil da wird ja alles ausgeschlossen von den esg kriterien klingt jetzt zumindest so salopp gesagt die treckssäcke kommen raus kannst du es gerade nicht anders ausdrücken dann habe ich ein bisschen gegoogelt ich meine das ist auch leicht man kann da den links einfach folgen und dann kommen wir auf die methodik von msci wie die mit kontroversen und die haben das sehr gut links environment social und governance die drei spalten das haben ja unglaublich viele teile aufgebaut und das wird alles bewertet das ja ja also wer redet dann gegen die gegen nachhaltige geld anlagen die gucken noch auf alles fast alles also die gucken genau auf zwei kriterien die sind jetzt erstmal wichtig wer da böse ist salopp gesagt fällt raus gut besser als nichts wir wollen ja zufrieden sein jetzt müssen dann noch mal schauen wir wollen ja zufrieden sein alles fällt raus was die stufe eins hat wir haben halt eine stufe 1 bis 9 und wenn wir dann schauen schwere vergehen die direkt dem unternehmen zuzuordnen sind das wäre und die auch noch laufen also nicht behoben wurden die haben die stufe 0 schwere vergehen die dem unternehmen direkt zuzuordnen sind die schon zum teil angegangen sind zum teil gelöst wurden das ist stufe 1 wenn sie gelöst wurden also es war mal ein böses vergehen und es ist gelöst dass ich stufe 2 die dürften drin sein aber schwere vergehen die nur zum teil also indirekt dem unternehmen zuzuordnen sind und noch nicht ganz gelöst sind die haben schon stufe 2 dort kann das unternehmen trotzdem drin bleiben oder schwere vergehen oder ganz schwere und jetzt nur die schweren vergehen die auch nur zum teil gelöst wurden ist auch stufe 2 kann auch rein also dass die jetzt richtig viel aussortieren und nur die besten zehn prozent oder so ähnlich würde ich jetzt nicht so unterschreiben also einmal nur zwei bereiche social und führungsverhalten die ganz weg und dann wird auch nur ein kleiner teil also wirklich ein ganz kleiner teil aussortiert und ich gucke ja immer gerne die werte rein weil jeder hat ja eine gewisse vorstellung von nachhaltigen geld anlagen in unternehmen in die man selber investieren möchte und kennt vielleicht auch die anderen und das ist jetzt hier von den anlagen her aus da auch von der webseite einfach genommen vom 17 februar die top 10 werte von der gewichtung her und von den namen her und das ist der normale das ist jetzt kein kopier fehler oder so ähnlich sondern schauen wir uns den usa esg screened an nach den kriterien die mit stufe 1 bei den esg kriterien ganz böse fallen raus und die ganzen anderen kriterien kommen auch die ersten heißen apple microsoft amazon alphabet tesla dann kommt nvidia wieder alphabet und das andere apple microsoft amazon alphabet tesla einzige was der unterschied ist wenn sie es genau nehmen bei den ersten zumindest wir haben ja noch mehr themen deswegen habe ich nicht alles durchsucht berkshire geht raus und exon mobile ist draußen jetzt mit der neuen gewicht und vorher waren die auch drin also ist vielleicht nicht das was sie sich vorgestellt haben ist das jetzt greenwashing weil sie nicht genau es ist zumindest nicht das was ich damals erwartet hätte als sie mich zum ersten mal damit beschäftigt habe aber ich erfüllt bestimmte mit sicherheit die kriterien die vorher genannt wurden wir werden hier keine hersteller von verbotenen waffen finden das wäre jetzt locket martin beispielsweise interessanterweise in europa wäre auch airbus weiß ich auch nur weil ich ein bisschen über den norwegischen staatsfonds recherchiert habe und die haben die in norwegen diesen vergehen in anführungsstrichen also produktionen geächteter waffen ausgeschlossen also ich zitiere nur andere also das ist finde ich ein bisschen wenig nachhaltig aber wir wollten ja auch noch mal schauen nach den ISG kriterien was ich vorhin kritisiert habe wie sind denn diese unternehmen bewertet also ja wir wissen wie erfüllen die ausschlusskriterien ist das jetzt also best in class ja ist es irgendwie wird ja gesagt ich sortiere die aus die nicht stufe 1 sind also 0 und 1 geht raus wie sind die denn bewertet und dann habe ich jetzt mal reingenommen von den daten her die ich nur als vermögensverwalter habe das ist definitiv die skalieren davon a plus bis d minus a plus sind die richtig guten also wert 100 bis 1 90 und so und dem minus fängt bei null an und geht dann hoch bis bis ich glatt lügen 10 oder so und dann habe ich mir haben uns die unternehmen mal angeschaut ja dann sind das ja vielleicht doch wenigstens da die guten allein apple meiner familie meisten von ihnen schon geahnt wir haben tolle esg werte sonst wären sie da auch nicht um die sind ja in vielen nachhaltigkeitsfonds auch drin aber in den kontroversen in denen ich sag mal machtmissbrauchs können wir spontan vorstellen oder steuer innovative steuergestaltung etc da sind sie ganz weit unten 100 punkte sind möglich und 100 punkte sind gut 0 ist richtig schlecht 3,6 ist von 0 nicht richtig weit weg möchte ich da gar nicht auf die folter spannen einfach mal runter scrollen die top 10 gibt es nur zwei werte die nicht dem minus sind und auch nicht weit vorne also esg screen ja wenn man den s&p 500 die normalen nimmt und das genauso bewertet hätte man eine durchschnittszahl wenigstens von 48 warum nicht 50 muss doch in dieser durchschnitt sein nein wir bewerten jedes unternehmen einzeln theoretisch könnte bei so nachhaltigkeitsindex auch eine liste von unternehmen stehen die alle den wert 100 haben wenn sie alle super gut sind aber der amerikanische markt ist halt ein durchschnitt welch wunder der markt und da hat auch in der mitte ungefähr ist der einigermaßen angesiedelt aber das was hier ganz vorne ist in dem nachhaltigkeitsindex ist ganz weit unten in sachen kontroversen wir sind ja bei wenger nicht nur auf nachhaltig sondern auf ethisch nachhaltig orientiert finden gar nicht so gut würde ich mal sagen das muss auch nochmals auch gleich thema ich könnte ja auch in die rechtsprechung hätte ich fast gesagt gehen in die klassifizierung die wir haben ja festgelegt welche von uns nachhaltig sind und das sind die artikel 6 nicht sondern 8 und 9 fonds nach der eu offenlegungsverordnung und das ist einer davon also er ist wenn sie schnell gucken ein artikel 8 form sfdr eu offenlegungsverordnung und würde man als nachhaltig bezeichnen wenn man damit zufrieden ist amtlich ist das das war eben als erst dann haben wir geguckt naja dann nehmen wir doch mal den amundi s&p 500 esg von siehe da so unterschiedlich sind die nicht was sie dazu finden ist eigentlich nur dass tesla wegfällt aber exxon mobile dafür drin ist die haben offensichtlich das mit den fossilen brennstoffen nicht so genau genommen also fazit ich habe jetzt nur den amerikanischen markt angeschaut aber das ist ja für jeden vom prinzip her das gleiche die auswahlverfahren sind dieselben also nur esg scheint ein bisschen dünne zu sein jetzt habe ich hier nochmal eine kleine besonderheit schauen sie nur auf die überschrift das andere müssen uns gar nicht so genau anschauen warum sage ich gleich hier mal bnp paribaba angeschaut als anbieter auch in amerikanischen form der halt die geschichte hat mit wenig volatilität und er hat auch esg kriterien und wenn ich dann reinschaue auf deren webseite die wichtigsten positionen ja das haben wir jetzt schon bekannt microsoft apple amazon auch spannende nachhaltigkeitsthemen aber dann wird schon anders also insofern wo loa lo vola ok sie zumindest anders aus könnte man dann tiefer recherchieren habe ich dann nicht gemacht ich bin nur darauf gegangen nicht nur was die benchmark abbildet was die dann ja eigentlich abbilden wollen oder in was die investieren sollen dann haben sie netterweise auch die liste in welche produkte davon wirklich geht jetzt schauen sie da mal wir wollten doch amerikanische esg werte mit niedriger volatilität haben für seniors münchner rückversicherung volkswagen allianz sap deutsche lufthansa auch nicht schlecht also die kriterien sind ähnlich die sollen die guten sein und die sollen auch in sachen nachhaltigkeit weit vorne sein aber die produkte sind nicht das was draufsteht auch kein greenwashing sind nicht amtlich also ich finde schon da hier liegt es daran das hatten wir auch früher aber schon wieder gesagt achten sie auf die replikationsmethode das wird ja ausgewiesen das muss ausgewiesen werden oder bei manchen direkt banken wenn es billig ist steht dann da unbekannt aber auch sofort höchste alarmstufe physisch ist richtig das müssen muss es sein synthetisch heißt oder swap basiert wie auch immer schönere worte die man nehmen kann ja ich gebe ihnen liebe kunden und liebe kundinnen die wertentwicklung dieses pakets der benchmark das wird auch tatsächlich im depot so abgebildet als eine ja als bnb paribas esg lovola etf mit der wertentwicklung die kommt aus dieser liste dieser fiktiven werte effektiv fließt das geld in die liste der unternehmen in denen wirklich investiert und die bank trägt halt das risiko oder der ja vom betreiber letzten endes ist die wertentwicklung des pakets in das sie fiktiv investieren besser als das ist wirklich investiert dann muss die differenz halt überwiesen werden und umgekehrt ist ein theoretisches risiko darum geht es aber nicht ich will noch mal über die thematik der nachhaltigen geld anlage reden wir wollen die kapitalströme umdenken wir wollen eine welle erreichen ist unternehmen die gewisse kriterien erfüllen auch bewusst bevorzugt werden nur dann hat es an einer börse überhaupt sinn wenn die nachfrage größer wird als es als das angebot dann steigen die preise das soll erreicht werden das tue ich doch nicht indem ich eine excel liste abbildet und dann wieder eine ganz andere werte geht das ist schade das würde ich den bnp paribas leuten gerne erzählen die wissen es aber wahrscheinlich sowieso warum man das macht ist mir ein rätsel denn in amerika sind die werte noch nicht so weit weg wenn es dann das hat mir auch schon mal gezeigt emerging markets sind und dann exotisch und dann nachhaltig da verstehe ich das ein bisschen dann kriegt man das vielleicht gar nicht anders hin aber doch nicht im amerikanischen markt das ist ein bisschen schlapp und so leicht kommen wir da auch nicht drauf hier habe ich mal finanztreff aufgerufen und geschaut ja gehen wir den fond doch mal ein und da stehen die top holdings drinnen die sie auch so finden und wenn sie jetzt normal lesen sehen sie ja nur asset allocation top holdings man muss so genau lesen da gibt es natürlich in der anlageidee ein zaubersatz es ist angelegt vom index oder in einem substitute basket wir haben halt gerade den substitute basket gesehen und auch das ist eu offenlegungsverordnung artikel 8 also ich weiß aus eigener erfahrung wie doll es ist in deutschland eine artikel 8 form aufzulegen das ist kein kein kinder oder honig schlecken aber sowas hätte ich jetzt noch nicht erwartet die investieren darin gar nicht aber schaffen nachhaltige werte dann dachte ich mir na gut aber den beiden muss es nicht sein dann gehen wir jetzt mal in den namen richtig rein klimawandel da muss was doch das muss doch wenigstens gut sein also vom namen her fand ich den am besten world climate transition etf das finde ich gut und es geht um die co2 ärmere wirtschaft und und das engagement in unternehmen soll verringert werden die mit diesen risiken verstärkt ausgesetzt sind so hört sich doch gut an weltweit wollen wir ja sowieso immer ja und dann gehen wir die werte rein microsoft apple tesla nvidia amazon also irgendwie ist es schon spannend dass die großen technologieunternehmen in amerika überall drin sind ja ich denke dass wenn man nach den reinen esg reports geht die ja noch große unternehmen sehr leicht erstellen können kleine haben da schwierigkeiten aber große haben ja die abteilung die können das auch machen und dann kommt dazu dass die klassischen index anbieter ungern stark abweichende wertentwicklung vom markt haben sie versuchen immer genauso gleich zu sein oder wie man das so schön sagt dem tracking error zu minimieren also sie wollen dann auch den us markt oder den msc world abbilden und dann gehen sie oder versuchen sie dann immer auch so stark diese großen unternehmen wie in den klassischen indexfonds zu gewichten mich ich finde es nicht richtig es ist dann auch nicht das was ich erwartet hätte hier auch noch mal darauf hinaus dass nachher oder ich sage es noch mal betont ich will ja die nachhaltige geldanlage gar nicht verteufeln aber manchmal macht man sich jetzt als anbieter doch ein bisschen einfach hier habe ich noch mal daneben gelegt der normale s&p 500 apple microsoft das haben wir eben schon gehabt es ist nicht natürlich nicht dasselbe aber es ist im großen ganzen dasselbe und vielleicht nicht das was ich wenn ich nachhaltig geld anlegen will eigentlich erreichen will die meisten gelder gehen doch sowieso in apple microsoft amazon alphabet weil das in allen normalen indizes auch die stärksten werte sind also hier habe ich eine lenkung die ich gleich gar nicht will pause nein nur kurz wir haben ja wenig zeit und ich muss so viel erzählen also wenn der esg screen steht da müssen wir schon genau hinschauen ich habe in drei beispiele gezeigt bei esg finde ich keine guten so pauschal gesagt ich zeige natürlich auch gleich gute lösung artikel 8 eu offenlegungsverordnung das heißt erst mal nichts so leider muss ich das so sagen vor allem in den ersten seminaren für mich immer die erste schnelle hilfe für sie sechs wird damit nicht hat vielleicht und wahrscheinlich damit auch nichts zu tun mit dem thema nachhaltigkeit acht und neun wenigstens das wäre schon mal eine hilfe ich muss trotzdem schauen und schöne namen welche wunder das war vielleicht das erste worauf man auch kommen die heißen immer noch wenig und bis gar nichts man muss wirklich reinschauen okay dann muss es ja andere kriterien geben was mache ich denn nun das war auch der status bei dem seminar dann dachte ich irgendwann zeige ich doch jetzt mal eben schnell meine lieblings etf mit denen ich auch arbeite dann gehe ich bei amundi rein und die haben 171 nachhaltigkeits etf die sie jetzt nach voll kriterien auflisten sehen sie dort esg klima exklusiv esg strikt esg esg thematik na gut okay das wird jetzt der neue standard sein ein bisschen erst macht anders die haben 201 nachhaltigkeitsfonds bei denen unterscheiden die sich nach screened uplift thematik oder impact nachher werden ja noch die artikel 6 8 und 9 der EU offenlegungsverordnung dann muss ich also schauen gehe ich also dann die achter sind ja nicht habe ich ja gerade gelernt dann gehe ich also die neuner das wird ja auch im volksmund und volksmund vielleicht noch nicht immer wieder so gut dargestellt acht ist ein bisschen nachhaltig neun stärker dann sortiere ich doch danach dann habe ich jetzt bnp herausgenommen strafe muss sein und zeitmangel auch da einfach wegen den synthetischen themen da wollte ich jetzt nicht noch gucken wer ist denn wirklich implizierend oder physisch amundi hat 171 nachhaltigkeits etf hatten wir schon einer ist artikel 9 und bei ishares sind 15 beide oder alle sind green bond etf green bonds sind keine aktienfonds green bond fonds sind renten fonds die halt in green bonds investieren so heißt immer der name das heißt es sind anleihen die zweckgebunden in ökologisch oder nachhaltige zwecke investiert werden müssen und das auch zumindest nach dem standard den ids standard an wirtschaftsprüfern überprüft wird aber das war mal anders also ganz viele anbieter haben ganz viele artikel 9 erfonds aufgelegt weil das ja auch sexy war das wurde auch so dargestellt ja 18 die dies nicht so können und 19 die besseren und dann versuche ich das und dann hat es aber die regulatorik auch eingeholt das erkläre ich gleich noch mal ja die sind theoretisch oder praktisch dunkelgrün und man verlangt aber von der eu wenn ich mich als artikel 9 klassifizieren lasse messbare nachhaltigkeitseffekte messbar wir haben selber ein artikel 8 form der hat ein unternehmen das investiert oder ein teil der gewinne gehen in wasserprojekte in südamerika wo dort mangel herrscht und wo die bevölkerung in die lage versetzte trinkwasser zu bekommen soll ich denn das messen nach welcher einheit denn es ist doch nicht alles nur der co2 fuß abdruck da geht es aber offensichtlich hin deswegen haben wir es ich kann es nicht mit meiner zehn mann firma irgendwie nachweisen die nachhaltigkeitspunkte da produziert werden es geht halt nicht aber vielleicht ändert sich da noch was also lösung für sie ich will sich ja nicht nur verwirren ich achte darauf dass ich einen strengen nachhaltigkeitsindex habe welcher anbieter ist völlig egal das ist am ende der index der abgebildete replikationsmethode physisch nichts anderes abbildung der weltwirtschaft durch entsprechende indexfonds oder gemanagte fonds ja nehmen sie nicht einfach einen msci world index von mein wegen beim spaplan oder wenn sie mit kleinbeträgen anfangen wenn sie vermögen angehen teilen sie es auch in die einzelnen regionen kann man auch mal amerika untergewichten übergewichten je nachdem ob sie oder ihr berater oder beraterin das wollen und ich wollte ja nicht nur schlechte lösungen zeigen sondern auch gute so oft die schnelle da stehe ich noch weiterhin zu das ist auch in den anderen seminaren herausgekommen die sri reihe mein wegen von msci aber auch von anderen die ist erstmal ziemlich gut als index wenn das steht der index von sind bildet das ab selected sri selected reduced fuel oder mein ding auch nur sri zeige ich auch gleich viel mehr ausschlusskriterien harte umsatzgrenzen in der regel die reden nicht nur über fossile nicht nur kraftwerkskohle sondern es geht auch noch weiter bis in die fossilen brennstoffe und das best in class wird auch noch mal deutlich ernster genommen die nehmen das obere viertel einer jeden branche das wollen sie abbilden also eigentlich eine ziemlich gute aufteilung und das führt dazu wenn sie rechts schauen ja der s&p 500 hat ungefähr 500 aktien dann hat man aber nicht mehr 500 sondern nur 156 und die ersten sehen sie schon sind doch anders tesla ist noch drin nvidia microsoft dann wird schon anders jetzt coca cola und pepsi co so nachhaltig sind das sind ja wieder sie fällt halt nicht raus durch die ausschlusskriterien aber es die ganz großen das ist eine andere struktur so will ich mal sagen hat viel mehr ausschlusskriterien sri das war eben reduced fuel das gibt auch noch mit den sph b filtert wenn sie so wollen gleiche kriterien der wird david auf fünf prozent letzten endes reduziert und hat ähnliche aufteilung dann die reduzieren es noch ein bisschen weniger also sri wenn sie das lesen kann man schon mal ein bisschen besser schauen jetzt habe ich sie wahrscheinlich völlig verwirrt und ihnen schwirrt der kopf aber ich lege noch einen drauf nein natürlich nicht da noch mal weil ich auch damit öfter konfrontiert werde und auch die fhz vor kurzem da noch mal ein artikel veröffentlicht hat in dem doch sehr hart mit den nachhaltigen geldanlagen umgegangen wird ich bin eben hart mit indexfonds umgegangen die alles richtig machen von der dokumentation die artikel 8 form sind weil neuner gibt es offensichtlich kaum ob das jetzt greenwashing ist nein ich muss halt genau hinschauen sie schreiben es ja genau wenn es mir reicht was die ist machen dann ist es ja okay dass ich jetzt in den kleinen innovativen echt nachhaltigen unternehmen drin bin das bin ich nicht die bilden einen markt ab und das tun sie und das müssen sie bei darauf haben sie sich festgelegt und die nehmen dann halt manche unternehmen raus bei den artikel 6 8 und neuner forms will ich einmal auf die achte und neuner noch mal hingehen also einmal wird immer gefragt sind die nachhaltiger die neuner es gibt noch aktienforms die sich artikel 9 nennen wenige aber ein paar halten es durch die müssen halt nachweisen ein impact nachweisen dass sie echte verbesserungen messbare verbesserungen zum thema nachhaltigkeit liefern das ist recht ehrgeizig so würde ich mal sagen konzentriere ich mich mit meinem fonds auf klimawandel themen also co2 themen oder reduzierung der des co2 fußabdruck ist das kann ich messen das ist interessant dass i shares blackrock auf ihrer seite gar keine neuner fonds mehr haben außer den green bonds aber also alle aktien fonds reduziert haben in anzug sprich nur auf acht obwohl man bei den zahlen in sachen co2 bekommt die messen das die haben umfangreiche also fast vorbildlich oder zumindest von dem was ich kenne sehr sehr gute darstellungen wie sie das auch messen wie sie darauf kommen kann ich jetzt nicht beurteilen also trotzdem machen sie es nicht weil das einfach zu risikoreich ist aus sicht der anbieter ich kann es doch gar nicht regeln das ist auch der grund warum es so wenige gibt wir haben das auch beschlossen sind eigentlich sind wir neuner forms von den kriterien beispielsweise ein fonds der von in mountain view bei der bewertung nach nachhaltigkeitsthemen 100 von 100 punkten als einziger von bekommen traut sich nicht artikel 9 form sich zu nennen weil wir nicht messen wollen und können im nächsten jahr hat sich das irgendwie verbessert wie gesagt wie soll ich das denn messen wenn auch die medizinische versorgung von den indigenen völkern in südamerika verbessert wird mit einem teil der fonds erträge das ist nicht messbar also zumindest nicht in einheiten die ich kenne also geht es nicht das ist meiner meinung nach der grund und deswegen sollte man nicht sagen ach guck mal die fonds industrie hat erstmal gesagt das ist alles toll und jetzt müssen sie zurück rudern ja die müssen zurück rudern aber weil sie realistisch das einfach nicht so machen können wie die eben das will da muss meiner meinung nach doch dringend etwas gemacht werden um die unterscheidung irgendwie besser zu bekommen es gibt dann ja auch die gesetzliche höchste kategorie die in diese richtung geht das wird mit dem impact gleichgesetzt das muss messbar sein da geht es dann auch prompt nur nach den nachhaltigkeits zielen der eu und das sind nur umweltziele sind sechs stück und wer sich danach orientiert ja das thema klimawandel ist mit sicherheit das wichtigste nach meinem persönlichen empfinden aber sich darauf reduzieren bei der geld anlage und damit vielleicht einen windenergie hersteller nehmen der die arbeiter nicht richtig bezahlt ist ja vielleicht auch nicht richtig denn will ich auch nicht fördern also ich kann ja höhere ansprüche haben witzigerweise sind diese höheren ansprüche dort nicht drin da muss ich eine stufe tiefer gehen in die zweithöchste gesetzliche kategorie das sind dann die achter von wahrscheinlich die auch die anderen kriterien die sozialen und die governance kriterien mit berücksichtigen also die höchste nur impact nur klima nur umwelt okay wenigstens das und wir haben schon mal eine sortierung aber man muss auch wissen acht ist kleiner als neun aber es ist nicht weniger nachhaltig also am ende damit wir noch ein bisschen zeit für fragen haben so ein index form und auch jeder andere form den man jetzt so nimmt die bilden die unterschiedlichsten portfolien ab bei den index form ist es wenigstens der nachhaltigkeitsindex und den kann ich checken den kann ich prüfen da kann ich schauen wenn ich bei einem publikumsform bin das eigentlich ein eigenes seminar das kann man es nicht nennen da muss ich schauen haben die guidelines haben die richtlinien wie sie selber damit umgehen die haben ja keinen offiziellen index den sie abbilden meistens nicht und wenn es eigene kriterien sind wie glaubhaft ist das was machen die wirklich sind die intrinsisch motiviert oder wollen die einfach nur das geschäft mitnehmen grundsätzlich gibt es banken ethikbanken umweltbanken die sehr weit vorne sind weil sie auch von den geschäftsprinzipien ausschließen in manche produkte zu investieren oder manche unternehmen zu investieren sei es auf kreditebene oder als aktie dessen fonds sind auch ganz gut aber die veröffentlichen das natürlich auch offensiv es gibt eine unglaubliche vielzahl entschuldigung von esg screen bis impact von denen ich nicht verlange von meinen kunden und kundinnen dass sie das unterscheiden können das können sie von ihrem anbieter oder anbieterinnen oder der bank oder vermögensverwalter erwarten aber kontrolle schon gut weil meine erfahrung ist das ist schwer und es ändert sich auch dauernd diese unterscheidung nach acht und neun ist aktuell überhaupt nicht hilfreich pauschal ich habe eben ja auch einen französischen anbieter genommen ich glaube wenn es ein aber glauben heißt nicht wissen wenn man ganz ehrlich ist ein deutscher anbieter der artikel 8 von ist der dürfte nicht so basiert sein das wird mich sehr wunder nach den gesprächen die wir immer geführt haben das durchzubekommen das scheint in frankreich vielleicht anders zu sein ist aber eine vermutung deswegen wirklich wenn da artikel 8 von steht wenigstens schauen ist das noch basiert also es ist nicht schlecht viele ausschlüsse sind natürlich auch gut eigentlich müsste man das haben sie vielleicht raus gehört indexfonds nur nehmen um regionale schwerpunkte nach dem prinzipien der geldanlage zu setzen also wenn ich emerging markets setzen will und das bisher mit meinen aktiven fonds nicht geschafft habe dann setze ich dann auch schwerpunkte so eine art wird es um die das menü lecker zu machen ich kann aber auch indexfonds nehmen die halt nicht den amerikanischen oder deutschen markt abbilden es gibt auch echte nachhaltigkeitsindizes und da sei mal drei genannt der global challenges index den gibt es seit 2017 den naturaktien index den gibt es seit 2007 der global ethical value der es neu es das entwickelt sich es gibt immer mehr und da kann man auch schauen die sind ganz anders aufgebaut vom grundsatz her die sagen ich schließe mich nur aus ich fördere auch bewusst unternehmen die die nachhaltigkeitsziele der un unterstützen mit ihrem geschäftsmittel nach ähnlichen prinzipien was natürlich offensiv dann auch da vermarktet wird ist aber im blick wert und punkt so muss man es einfach sagen und wer da vielleicht auch lust hat und interesse informiert zu werden sie merken schon ich habe jetzt 50 minuten geredet und habe mich nur mit der thematik wie erkenne ich bei den beliebten index fonds was nachhaltig ist und welche fallen da sind bei publikums fonds ist eigentlich noch filigraner weil natürlich bei den ich weiß gar nicht wie viel 10.000 aktien fonds und generell publikums fonds 3000 manager sind die 5000 ideen haben und da gibt es auch noch keine einsortierung das ist einfach noch nicht durch deklariert wenn man das so will es ist noch am werden das ist auch das was ich vom sustainable beirat der bundesregierung über ecken gehört habe man ist dabei die ersten schritte sind gemacht mit der artikel 6 8 und 9 thematik ich hoffe da kommt noch mehr dass andere kriterien mit hier rein kommen und andere vielleicht wieder herauskommen denn erklärt mir wie ich messen soll wie meine nachhaltigkeit wirkt und ich versuche es dann ja auch gerne aber es einfach nur zu verlangen bei sachen ist dann doch seltsam so dann hoffe ich sind ein paar fragen aufgekommen und ich hoffe dass noch viel mehr fragen beantwortet wurden und stehe gern zur verfügung ja erstmal sehr vielen dank herr enke und die bitte an alle zuschauer nutzen sie die gelegenheit stellen sie jetzt noch fragen über das fnr tool zu unserer webinar reihe insgesamt und zum vortrag heute weitere informationen übrigens und ein replay auf dieser webinar reihe finden sie in dir youtube kanal auch die heutige folge wird in kürze dann dort hochgeladen die beiden anderen folgen sind dort bereits zu finden ein beispiel laften link habe ich in den chat gestellt und natürlich können sie auch unseren podcast rente gut alles gut abonnieren auch dort gibt es folgen die sich mit dem thema nachhaltige tische geldanlage beschäftigen aber jetzt am martin nieswand und die frage genau die erste frage ist gerade eingetrudelt und sie lautet welche rahmenbedingungen sollten sich ändern um seitens des gesetzgebers auch den markt für nachhaltige geldanlagen besser zu gestalten ja ich finde die idee wenn man schon nicht fragt gut dass man das ähnlich wie diese nutris groß oder bei den kühlschränken mal irgendwie schafft es muss erst mal vereinfacht werden ich muss als verbraucher und verbraucherinnen sehen in welche richtung geht das von dunkelgrün bis hellrot das wäre schön also es ist vielleicht mit sechs acht und neun komisch gemacht vielleicht gibt es da eine tabelle das muss dann aber realistisch sein also nicht und bitte nicht nur die umweltziele der eu berücksichtigen sondern die kontroversen was ist das für ein unternehmen wie geht es mit den mitarbeitern und mit der rechtssache mit unserer umwelt generell um wie hält es sich an gesetze etc das muss bewertet werden und das geht ja das ist ja kein hexenwerk warum geredet über kontroversen fast niemand aber über die esg reports die große unternehmen viel besser machen können als kleine unternehmen so alle also diese problematik die jetzt gemacht wird ich sortiere nach den esg reports heißt ja dass ich große unternehmen bevorteile nehmen wir mal an ich hätte eine aktie mit meinem unternehmen oder kleine unternehmen sie haben halt mittelständische unternehmen ihre engen abteilung jeder hat ordentlich zu tun das haben die bei großen unternehmen auch aber die haben abteilungen die sich in den esg report stürzt und den perfekt machen und andere machen das nicht dementsprechend sind kleinere automatisch weit hinten der fehler müsste irgendwie beseitigt werden also geht nicht nur auf diese reports nimmt sie zur kenntnis aber bewertet auch das andere das ist schwer das weiß ich aber die ethik und wenn wir schon über esg reden kann auch nicht sein dass wir nur bei am ende das ganze die wertungsschema laufen was es und gehen muss dazu kommen das wäre mein herzenswunsch ja auch noch mal von unserer seite die ermunterung weitere fragen gerne über das fnr tool zu stellen eine häufig im vorfeld gehörte frage ist sozusagen welche persönlichen werte sind denn aus sicht von nicht regierungsorganisationen ngos die wir ja im wenger kontext hier an auch mit dabei haben welche sind die von denen besonders häufig genannt ja wir haben uns bei wenger ja mal die mühe gemacht auch einen leitfaden zu erstellen um ihnen auch eine hilfestellung zu geben wie komme ich denn mit dem ganzen thema klar leitfaden zur investition in nachhaltige geld anlagen und da haben wir mit den playern zumindest aus norddeutschland geredet und die schnittmenge war rüstung fossile brennstoffe kernenergie hat erst mal in der nachhaltigen geld anlage möglichst wenig zu tun das wird es gibt ja auch immer wieder änderungen nehmen wir mal atomenergie die wurde von der eu jahre als nachhaltig klassifiziert das heißt ja nicht dass ihr indexfonds oder ihr gemanagter form da unbedingt mit rein muss der kanzler sehr wohl ausschließen sind die eigenen kriterien die man da nimmt da halt drauf achten das wäre schön und dann verletzung von un global compact war ich sag mal auf die schnelle ja die die schnittmenge ich habe es eben noch mal gesagt das heißt eigentlich nur dass ich mich normal als geschäftsmann und geschäftsfrau mich an recht und gesetz halten das ist doch nichts besonderes also das ist immer schon ein bisschen merkwürdig schöner wäre es dass es eine ein system gäbe was auch gewünscht wird des kontroversen stärker mit höheren einkommen ist also wirklich unternehmen so kann mich zur nachhaltigen geld anlage weil ich klassischen banksystem ja auch kommen welche unternehmen vermeiden denn in europa steuern oder weltweit steuern weil sie hier tricks nutzen das muss doch nicht sein und also die ethik des geschäftsgebaren ist auch noch wichtig im moment mit den global compact kriterien das kann gern noch was so rüstung fossile brennstoffe kernenergie waren für diese haupt themen die rausgeschlossen werden dann kommt ein bisschen auf die eigene sache ein viele schließen auch noch gentechnik aus oder ja grüne gentechnik speziell solche themen ja wunderbar ich würde sagen sie haben keine weiteren fragen offen gelassen ich möchte ihnen herzlich danken für den heutigen vortrag und auch die ganze reihe danke herr enke danke herr nieswand danke allen die interesse hatten und heute teilgenommen haben dir digital dann wieder im normalen modus keine webinar keine webinar reihe sondern unsere übliche diskussionsveranstaltung kehrt zurück am 30 märz und dann wieder gewohnt am letzten donnerstag im monat um 14 uhr schön dass sie heute alle da waren vielen dank und einen schönen tag noch tschüss 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 tschüss